Der Bock der göttliche Spender Neben der Hölle gewahrten die Hagezussen, wenn sie über den Dornenzaun blicken, eine weitere paläolithische Urgottheit. Den Bock, den lustspendenden, hörnertragenden Gefährten der Göttin. Für die Menschen archaischer Kulturen war der Bock, vor allem der Hirschbock, der Inbegriff der befruchtenden göttlichen Schöpferkraft. In den indogermanischen Sprachen wird immer wieder der Bezug hergestellt. Die vedischen Inder nannten Gott, den Spender des Lebens und Begatter der Seelen, Bag oder Bagwan. Bock ist das allgemein slawische Wort für Gott. Boogieman nennen die Engländer nicht nur den Kinderschreck, den schwarzen Mann, sondern auch den Waldteufel, den Spring ins Feld, der Hirtenmädchen oder junge Bäuerin beim Bärensammeln bespringt. Der Bugard ist ein bekannter, unberechenbarer Naturgeist der britischen Folklore. Der Boogie-Wooogie, die unheimliche, mitreisende, sexualisierte Musik der Schwarzen, die den puritanisch angehauchten, weißen Amerikaner lange suspekt und teuflisch vorkam. Boogie heißt noch das allemannische Schreckensgespenst und Bockhort ist die Bezeichnung der traditionellen Fasnachtsmaske. Im Himalaya verehrte man den hörnertragenden archaischen Gott noch immer als Paschupati, den Herrn der Tiere und Seelen. Er ist identisch mit Shiva, dem Herrn der Höhle, dem Besitzer des Phallos, Lingam, dem Reiter des träufelnden Stiers. Als Hörner trägt Shiva den wachsenden, zunehmenden Mond in seinem langen, verfilzten Haar. Sein Dreizack, der eigentlich unter anderem den Weltenbaum darstellt, wurde von zarathustrischen Priestern zur Gabel des Teufels umgedeutet. Die Chinesen erinnern sich an den mit Hörnern gekrönten Urgott in der Gestalt der Urkaiser des Fusi, der den ersten Menschen, das Jagen, Fischen und Orakelwerfen mit Schafgarbenstängeln, auch genannt I Ching, beibrachte und des Shenlong, der als erster den Menschen die Rituale und Zeremonien, die Pflanzenheilkunde und Landwirtschaft lehrte. In Südwestasien und Nordafrika zeigte sich der große Gott des Öfteren als potenter Stier. In Ägypten befruchtet er täglich die Himmelsgöttin Nud. Zeus in Stiergestalt befruchtet Europa. Das Brüllen und Getrampel des himmlischen Stiers verkörpert Donner, Regen und Fruchtbarkeit. Auch in Pan, dem arkadischen Hirten- und Jägergott, lebt der archaische Herr der Tiere weiter. Er hat Boxfüße und Hörner. Lüstern jagt er den Nymphen nach. Zu seiner Flöte tanzen alle Naturgeister. Den neolithischen Europäern erschien der Urgott vor allem als Hirschbock mit hellstrahlendem goldenen Geweih. Der Hirsch galt als Sonne in Tiergestalt. Als Sonne befruchtete er die Erde, den Schoß der Göttin, sodass die Vegetation sprießt und wächst. Sein lebensbringendes Licht dringt ebenso in die tiefsten Winkel des menschlichen Herzens wie in die düsteren Schluchten des Waldes. Als das Christentum kam, verwandelte sich der Sonnenhirsch in den Hirsch des Hubertus oder des Eustachius. Er ist das Christuslicht, das nun zwischen dem Geweih strahlt. Heute fristet der Hirsch sein Dasein auf dem Etikett eines beliebten Kräuterschnapses, der Waldmeister, in waldgrüner Flasche. Die Kelten kannten den Gott mit dem Hirschgeweih als Zernunnos. Er wird wie Buddha oder Proto-Shiva aus dem vorarischen Indien im Schneidersitz sitzend dargestellt und herrscht, umgeben von Waldtieren als der Herr aller beseelten Wesen. Wie Shiva hält Zernunnos eine Schlange, das Symbol der Weisheit und des sich immer wieder erneuernden Lebens, in seiner Hand. Die Bezeichnung Zernunnos lässt sich auf die indogermanische Wurzel Kehr zurückführen, was so viel wie Wachsen, Groß und Hart werden bedeutet. Er verkörpert also das Prinzip des Wachstums, der Begattung und Befruchtung. Auch er ist Besitzer des Phallus, der die Göttin schwängert. Den neolithischen Bauern Europas fiel auf, dass der jährliche Wachstumsrhythmus des Geweihs, Abwerfen im Februar-März bis zum Freischaben des Basts im August, mit dem Wachstum des Korns, mit der Aussaat der Erntezeit und den verschiedenen Reifestadien übereinstimmte. Also ließen sie den Kultwagen, der Göttin, manchmal auch den Pflug, der wie ein Phallus in die Erde dringt und sie für das Saatgut öffnet, von einem zahmen Hirsch ziehen. Zur Ernte tanzten sie Hirschtänze. Der bei Touristen beliebte Hirschtanz in Abbots-Brumley am 3. September, wo junge Burschen einen großen Hirschkopf vor sich her tragen, ist ein letztes Überbleibsel solcher neolithischer Erntefeiern. Auch werden hier und da noch die letzten Gaben, Hirsch oder Erntebock genannt, in Hirschgestalt geformt und auf dem Erntewagen, heute dem Schlepper, triumphierend ins Dorf gefahren. Die Wurzeln von Heilkräutern, die der Göttin geweiht waren, grub man im archaischen Europa selbstverständlich mit Hirschhorn, eventuell auch mit vergolten Werkzeugen. Gold stellt den Sonnenhirsch in mineralischer Form dar. Aspekte des archaischen Gottes lebten in der germanischen Mythologie weiter, und zwar in Donau, der beliebtesten Gottheit der Bauern. Donnernd und blitzeschleudernd fährt er in einem mit Ziegenböcken bespannten Wagen über das Land. Auch die Göttin Freya ist seiner nicht abholt. Gelegentlich soll sie die Gestalt einer gattungsbereiten weißen Ziege annehmen. Die magischen Tiere, die sich der Hammelträger vor den Wagen spannt, sind blitzdurchzuckte schwarze Gewitterwolken. Es sind Regenspender, deren Nass Weide und Äcker begrünen und den Bauern Scheune und Fass füllen. Die an heißen Sommertagen aufsteigenden Quellwolken werden noch immer Gewitterböcke genannt. Eine Sage erzählt, wie der große Donnerer einst mit Loki einen Bauernhof besuchte. Wie immer ist er den Bauern freundlich gesinnt. Er schlachtet seine Böcke, zieht ihnen das Fell ab, kocht sie in einem großen Kessel und lädt die ganze Familie, Mann, Frau, Kind und Kegel zum Festessen ein. Er mahnt sie jedoch, alle Knochen vorsichtig zu sammeln und aufs Boxfeld zu werfen. Am nächsten Morgen schwang der Donner den Hammer über die Felle, da standen die Böcke lebendig wieder auf, doch einer lahmte am Hinterfuß. Das Bauernsohn hatte nämlich mit dem Messer ein Schenkelbein gespalten, um das Mark herauszusaugen. In Donners Augen blitzte der Zorn auf und er hätte die Bauern auch sofort erschlagen, hätte ihr Gejammer ihn nicht mitleidig gestimmt. Zu Buße nahm er zwei Kinder mit, die ihm fortan treu dienten. Dem Vorbild des verehrten Donnerers folgend opferten die heidnischen Germanen der Erdgöttin Ziegenböcke. Auch diese Tiere würden verwandelt wieder auferstehen, sichtbar in der ungestümen Wachstumskraft der Feldfrüchte als Korn, Hafer, Rocken und Bohnenböcke, als Hanf- oder Flachsgeisten. Und wenn der Wind über das wogende Ehrenfeld strich, dann meinte man, es treibt der Bock durchs Korn. Aber auch dieser Bock, dieser Vegetationsdämon, musste geopfert werden. Wenn der Mäher die letzten Halme absenste, da sagten die Schwaben, er schneidet der Geist den Hals ab. Die letzte Gabe hieß vielerorts Bock. Diese Gabedreschen bezeichnet man als dem Bocktöten. Oft wurde den Dreschern als Mahlzeitbocksfleisch serviert. Die Hörner des geopferten Bocks wurden am Tor angebracht, um Haus und Stall gegen Bös, Zauber und Blitzeinschlag zu schützen. Noch lange glaubte man an die schützende Macht der Böcke Donars. Vor einigen Jahren noch erzählte mir ein Schweizer Bauer, dass er einen Geistbock im Stall frei herumlaufen lasse, denn wenn der Teufel in den Stall käme, würde er zuerst in den Bock fahren und die anderen Tiere in Ruhe lassen. Donar und seine Böcke verkörperten im bildhaften Denken der ländlichen Bevölkerung die kosmische Sexualität. Aber auch dem menschlichen Wurzelschakra konnte Donars Tier Potenz und Gesundheit verleihen. Reibt ein Mann sein Glied mit dem Unschlitt oder auch Talg eines Ziegenbocks ein, so glaubte man, werden ihn die Frauen gegen alle anderen Männer bevorzugen. Bei Schmerzen in den Geschlechtsteilen soll man diese mit Boxhaabe räuchern. Und die Westslaven glaubten, dass sich der Mann, der von deiner Frau bezaubert ist, durch Einschmieren mit Boxblut befreien kann. Wenn wir bei dem Wort Bock heutzutage unwillkürlich an den Ziegenbock denken, so entspricht das der mittelalterlichen Fantasie, gespeist aus altgermanischem Donarglauben, vermengt mit dem Panmythos der klassischen Antike. Die Hexenverfolger glaubten, dass der Teufel beim nächtlichen Hexensabbat in leiblicher Gestalt als geiler, schwarzer, stinkender Ziegenbock Hof halte. Ihre Spione berichteten, dass die Sabbat-Teilnehmer ihn linksdrehend mit den Gesichtern nach außen umtanzten. Das ist sicherlich falsch, denn alle archaischen Reigen drehten sich nach rechts. Musik wurde angeblich auf toten Katzen gemacht, auf Schweineköpfen wurde getrommelt. Es wurde unmäßig viel gefressen und gezecht. Auf Grasbänken sitzend verlangen die Hexen Äpfel, Birnen und das Fleisch eines frisch geschlachteten, gerösteten Ochsen. Der Teufel selber servierte den ungesalzenen Braten, das Boxbier und den Wein. Aus ethnologischer Sicht kann man sagen, dass es sich dabei um ein typisches archaisches Verteilungsfest handelt. Bei den Naturvölkern verteilt der junge Big Man der Häuptling das Fleisch nach rituell festgesetzten Regeln. Auch bei den Kelten und Germanen zerlegte und verteilte der Stammesfürst, das den Göttern geweihte Fleisch und hielt seine Gefolgschaft damit bei guter Laune. In Amerika ist es noch immer der Familienvater, der am Thanksgiving Day, dem dritten Donnerstag im November, feierlich den Truthahn zerlegt und verteilt. Dass Ochsenfleisch ohne Salz serviert wurde, ist von Bedeutung. Bei der Initiation der Jugendlichen in den abgelegenen Buschschulen der traditionellen Völker ist die Kost fast immer salzfrei. Viele Schamanen, auch der Bauernphilosoph Arthur Hermes, verzichten auf Salz, da es die Seele zu sehr an die Materie bindet. Mit dem Hexenfest verband sich eine Fruchtbarkeitsorgie, die sich nicht sehr von denen anderer archaischer Völker unterscheidet. Wenn es heißt, dass die Teilnehmer mit Böcken, Wölfen und anderen Tieren Unzucht trieben, hebt das lediglich den enthemmten, orgiastischen Charakter derartiger Fruchtbarkeitsfeste hervor. Der Gehörnte koitierte höchstpersönlich mit den Hexen, diese aber, so lesen wir in den Protokollen, empfanden die Umarmung als eher unangenehm, denn der überdimensionierte, ständig erigierte Penis sei eiskalt, wahrscheinlich, weil es sich um ein künstliches Glied handelte, das dem rituellen Fruchtbarkeitszauber diente. Auch würde der Teufel die Teilnehmer in allen möglichen schwarzen Künsten unterweisen. Wetter machen, das Erlernen von Flüchen, das Verfertigen von Zaubertränken und andere Boshaftigkeiten. Jede Hexe bekam einen Hexennamen und des Teufels Siegel, den er ihr mit einem Boxfuß auf den Rücken aufs linke Schulterblatt oder ins Kreuz einbrannte. Es handelt sich sicherlich um eine Tätowierung oder ein Brandmal, wobei es wie früher bei den Kelten auch um eine initiatorische Mutprobe ging. Wahrscheinlich gab es noch lange nach der Bekehrung alte Kulte, deren Anhänger sich zu Walpurgis, Midsommer und anderen magisch aufgeladenen Zeiten wie Sonnenwände, Tag-Nachtgleiche, Kreuzvierteltage, an abgelegenen Orten, im schwer zugänglichen Moor oder auf Berggipfeln trafen. Die Autoritäten hatten diese ländlichen Fruchtbarkeitskulte widerwillig geduldet, bis dann im 12. Jahrhundert die fanatische, manichäistisch orientierte Katarer-Sekte die Kirche herausforderte und stark verunsicherte. Die Katarer lehrten eine schroffe Askese und einen Dualismus zwischen Gott und Satan. Gegen diese Ketzer schuf Papst Georg IX die Inquisition, deren Organe die Dominikaner waren. Die Verdächtigen wurden durch Folter zu Geständnissen gezwungen und mit Güterkonfiskation, Kerker und bei Hartnäckigkeit mit Verbrennung bestraft. Obwohl die Kirche die Katarer, daher das Wort Ketzer, brutal verfolgte, nahm sie dennoch Elemente des Dogmas ihrer Widersacher auf. So etwa die Vorstellung des Satans als einen mächtigen Gegenspieler Gottes. Eine Maschinerie wurde in Gang gesetzt, die auch die alten Kulte ins Visier nahm und sie als Auswüchse der satanischen Verschwörung verfolgte.